hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen video mit mir dem aquapenta aka oli und zwar ist grün zu grün wenn spaniens blüht ne ich hör auf ich hör auf das tue ich euch nicht an da hätte ich vielleicht original einspielen müssen ja diese folge ach nee warte mal hier haben wir erst mal die mauern das hatte ich im letzten video euch unterschlagen wie ich die angeklebt habe aber ich sag mal das ist ja kein hexenwerk da habe ich kleber hinten ran gemacht dann habe ich am stoß kleber angemacht und dann habe ich den kleber hinten runter laufen lassen dass der dann sich auf der platte verankert und dann habe ich einfach gewartet 24 stunden bis die mauern fest waren ich habe eben schön den kontrast gesehen zwischen der selbstgebauten brücke und den selbstgebauten mauern hinten fand ich übrigens sehr sehr passend und auch mal was anderes hier kommen wir zur gartenerde ich habe hier also eine ganz normale gartenerde mir geholt habe die trocknen lassen in den letzten tagen und wochen wie auch immer und habt ihr jetzt in so einen küchenmixer reingeworfen in meiner frau gemopst habe ne der hat sie mir geschenkt hat sagt den kannst du nehmen da will ich ja auch so laub und sowas mit häckseln und habe die erde einfach mal ganz kurz hier ja zur schnitzeln zerschnitzeln lassen irgendwie das ist eine recht staubige angelegenheit gut durch in meiner männerbude machen und nicht in der küche oder sowas das hätte ärger gegeben und jetzt sehen wir dass das ergebnis ich wollte es nicht durch sieben also ich möchte keine einheitliche größe haben deswegen habe ich ganz kurz da in den mixer reingemacht dann ist das doch alles sehr sehr schön unterschiedlich und jetzt fülle ich wie man hier gut sehen kann den bereich hinter den eben angeklebten mauern mit erbe auf das habe ich jetzt gemacht da ja sowieso dass dahinter alles ein bisschen dreckig sein soll weil das ja richtung fabrik geht da ist ja auch die mauer hinten mit aufgedruckt im hintergrund das soll sozusagen der der zwischenbereich davon sein und da habe ich jetzt wieder die erde da rein gemacht die steigt nach hinten leicht anders ob das jetzt wirklich funktioniert hat dass es ein bisschen tiefenwirkung gibt ich weiß es nicht aber mir gefällt unter dem strich und ja ich habe das versucht so ein bisschen auch uneben rein zu machen also keine wirklich glatte fläche da ich jetzt ja auch ausgießen können oder das wollte ich nicht wollte tatsächlich die erde rein haben die hat dann auch gleich die richtige farbe logischerweise und jetzt kam natürlich die volle arbeit ich musste diese wirklich trockene erde mit wasser befeuchten und wer das kennt und auch hier sieht weiß ja dass das wasser permanent abperlen oder abtropft den tropfen runter laufen dann mehr oder weniger und dann war natürlich geduld und spucke gefragt da habe ich dann immer wieder ein bisschen ein siegern lassen und dann konnte ich dann so lange machen bis die erde dann wirklich feucht war und der positive nebeneffekt der ja gar nicht geplant war ich könnte zwar jetzt sagen das war genauso geplant ist dass die feuchtigkeit hier an der mauer sieht man es ganz gut im hintergrund ich mache mal noch einen pfeil rein da zieht das wasser in die gedruckte mauer da ist nämlich an der einstellenden gedruckte mauer rein und dort gibt das dann so ein herrlich wie so eine Art grün sparen fast könnte man sagen oder moos bewuchse irgendwas in der art und das fand ich recht nett das war ein positiver nebeneffekt der überhaupt nicht geplant war ich könnte natürlich jetzt wieder sagen das war geplant nee das war es überhaupt nicht fand ich nicht den effekt vielleicht sehen wir es ja gleich nochmal nee sehen wir nicht egal ich habe es ja vorhin schon eingeblendet das habe ich ja nachträglich dann gemacht so jetzt kommen wir mal zu meinem bäumchen da ich ja hinten mit argen platzprobleme zu kämpfen habe habe ich mir jetzt gedacht ich werde die bäume halb schneiden das heißt hier kurze kurzerhand den seitenschneider genommen und dann entsprechend auf der einen seite die bäume sozusagen halbseitig beschnitten logischerweise dass die dann entsprechend dichter an die rückwand ran können oben an der krone habe ich da noch ein bisschen abgemacht so dass es wirklich ist also ich habe es versucht so ein bisschen in form zu bringen auch mal ein bisschen wo was weggenommen wo man denkt da könnte ein bisschen asymmetrisch sein der baum oder wie auch immer ich habe da versucht über ein bisschen rum zu schnitzen und rum zu knipsen hier an den bäumen dann habe ich die abschnitte genommen und habe die jetzt hier reingeklebt wie man sehen kann so dass ich dann entsprechend die bäume noch ein bisschen fülliger haben kann habe es dann auch auch hier versucht ein bisschen asymmetrisch reinzubringen ich habe ja noch viele viele andere bäume aber auch baumtypen da aber hier hatte ich mich speziell entschieden da man ja wie so kleine ästliche abschneiden konnte fand ich nett das hat mir gut gefallen und dann eben entsprechend alles ein bisschen aus gearbeitet umgearbeitet ja ich habe versucht was anzukleben was wir haben ja graue haare beschert hat weil ich noch welche hätte und hier eine andere baumtype ein kleinerer baum der ist ja widerspenstig den versuche ich hier ein bisschen in form reinzukriegen und dann war ich mit dem frischen grünen überhaupt nicht einverstanden weil das passt überhaupt nicht hier irgendwo dazu also habe ich dann entsprechend eine olivgrüne farbe gewählt wo ich die bäumchen dann so ein bisschen angemalt habe das ist ja so ein schaumstoffzeug könnt ihr ja alle selber dann saugt ja ziemlich gut und dann habe ich hier noch so ein braun mit rein gewählt so dass das entsprechend ein bisschen naja kaputter aussieht wie in 80er jahren wo alles noch große baumsterben damals war durch die industrien und ja nein so doll habe ich es nicht übertrieben es soll schon noch grün sein manche bäume habe ich hier da habe ich mir so eine voll eklige farbe zusammen gemischt aus farbresten die ich da mehr oder weniger alle reingequetscht und umgerührt habe und dann mit wasser verdünnt habe hat sich ganz gut gemacht weil es ist habe ich ja ein anderer farbkontrast der da irgendwo reinkommt ja hier kommen wir mal zum thema was mir sehr ein bisschen auf der seele gebrannt hat oder noch brennt und ne mittlerweile nicht mehr das glasdach von dem bahnhof das sieht so ich habe es ja möglich gemacht das war ja absicht ich habe es ja ein bisschen es sollte ja nicht durchsichtig sein und das ist aber nicht die endlösung wie gesagt wie schon geschrieben aber am ende des videos kommt es dazu wartet bis dahin und spult nicht gleich vor dann machte mein youtube algorithmus oder mal hier probst egal ja z bäume als büsche super oder das hatte ich ja schon mal gesagt weil ich die extra aufgehoben habe weil die kann man ja super als büsche reinsetzen irgendwo mit dazwischen da habe ich also auch mehrere hundert von den dingern da die ich irgendwo hier überall reinsetzen werde wenn nicht wird auch da was abgeschnitten und irgendwo mit reingeklebt dann andere bäume oder wie auch immer da gibt es also möglichkeiten ohne ende und die widerspenstigen bäume hier im hintergrund die habe ich dann auch gezähmt da habe ich halt ja einfach eine flasche flaschenkleber wollte ich sagen eine kleberflasche davor gestellt so dass es auch dann irgendwie hält es ist halt schwierig weil die äste das immer wieder abgedrückt haben und ja dann hat es eigentlich ganz super gehalten ja der hintergrund mal ehrlich wer dachte dass der hintergrund papierräume so bleiben ja ist wirklich so das bleibt doch nicht so bei mir das sieht doch aus furchtbar aus da hinten diese ausgeschnitzelten bäume das war doch nur weil das auf dem hintergrund drauf habe ich es auch drauf gelassen das kann man jetzt natürlich super als hintergrund verwenden deswegen kommt auch hier noch mal eine art olivgrüne farbe oben drauf so dass das dann mehr oder weniger ein hintergrund wird und bleibt es war ja immer schon nur ein hintergrund und jetzt baue ich ja wie so ein mini diorama aus bäumchen da zusammen und klebe dann sozusagen hier einen kleinen baum rein da was grünes rein das ist wirklich dann nur eine art hintergrund oben im bild habe ich mal eingeblendet dass man sich das vorstellen kann was ich ja eigentlich für einen quatsch gerade zusammenklebe das ist halt schwierig ich konnte ja da nicht die bäume so mehr oder weniger alle an die rückwand pappen deswegen habe ich die jetzt hier alle zusammengeklebt auch hier natürlich wieder mit der farbe nicht geizt drüber gemacht soll ja alles ein bisschen ähnlich sich sehen und auch zusammenpassen und dann habe ich es hier schon angeklebt noch ein paar andere bäume daneben gepappt weil wir sehen da rechts die ich gerade gemacht habe hier sind noch mehr daneben gekommen und so nimmt das doch langsam ja ein bild irgendwo an das hat mir sehr gut gefallen da die lösung mit dem bäumchen hier beim pinseln sieht man immer dass der baum da mehr oder weniger nur oben und unten geklebt ist was ja völlig soll ja noch halten da hinten da sieht man auch ab und zu noch die klebereste und hier kommen wir wieder auf mein trawo häuschen was ich ja schon angesprochen hatte was ich absichtlich so ein bisschen verwaschen gemacht habe weil das so im hintergrund drin steht und ja und das habe ich natürlich auch so mit so gras flock zeug da beklebt und hier noch ein bäumchen von der z in die ecke rein das habe ich dann geviertelt mehr darüber dass es in die ecke schön reinpasste noch ein z bäumchen daneben was ich jetzt hier gerade gerade biege und auch hier wieder so ein halber baum links an die ecke hier kommt also jetzt nicht allzu viel grün und jetzt sehen wir auch dann schon das island moos was ich hier mit eingefroren habe das ist jetzt der vorläufige stand der ganzen ecke das ist noch nicht fertig das kommt also in dem späteren das ist jetzt sozusagen der grobaufbau des ganzen da kommen noch viele einzelheiten mit dazu aber ich muss mich ja so ein bisschen durch die andere durchhangeln und durcharbeiten hier und aber ich denke mal für diesen grobaufbau kann man das ganze doch schon irgendwo sehen lassen da kommen dann wahrscheinlich noch so ein kleiner übergang rüber wo die arbeiter dann zum trafohäuschen können und 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 also da wird noch einiges gemacht und ja entsprechend wird da jetzt wahrscheinlich in nächster zeit immer mehr dazu kommen jetzt immer noch mal den unterschied der beiden mauer typen oder auch hier vorne die halt die brücke und die mauer dahinter ja jetzt kommen wir uns den bahnhof noch mal an ja fehlt da nicht was natürlich fehlt da was da fehlt das komplette dach ich habe das komplette glasdach des bahnhofs entfernt aus heutiger sicht habe ich mich geärgert dass ich den bahnhof nicht generell zu 100 prozent selber gebaut habe weil es ist ja nicht mal viel übrig im grunde genommen die plattform unten ja mein gott das kann man ja schnell mal selber bauen und die masten oder die pfeiler da die das jetzt tragen die kann man genauso gut aus dem 3d drucker sich ausdrucken aber ich habe jetzt aus einer noten eine tugend gemacht da habe ich wieder mal meine schnirkel genommen die größeren die ich ja links und rechts umsprünglich dran hatte habe ich mal schnell noch sechs stück ausgedruckt und setze die jetzt hier oben auf die masten auf weil nämlich durch diese schnirkel die da oben drauf sitzen später habe ich mir überlegt dann dort nämlich die kabel durchkommen die dann sozusagen die stromversorgung darstellen die kommen aber erst viel viel später ich habe es ja schon mal gesagt dass sie da hinkommen aber solange ich da oben rumfummel und rum arbeite werde ich natürlich dann noch keine kabel durchlegen die ich dann wahrscheinlich ständig abreißen oder wie auch immer und dann ärgere ich mich das ständig alles neu gemacht werden muss und so weiter das macht ja auch keinen spaß irgendwo ja nachträgliches arbeiten brauche ich nichts zu sagen ist ein krampf weil man da ja fast nicht hinkommt ich meine bei meiner anlage geht es noch von der entfernung her auch noch weiter weg da würde man gar nicht mehr zurecht kommen aber diese kleinen magnethalter machen sich da ja im grunde recht gut hier sehen wir noch mal einen kurzen überblick mein doppeligen stellwerk hier rechts dann der linke teil davon ist ja alles beleuchtet das habe ich euch schon mal gezeigt und im nächsten video habe ich eine weitere kleine überraschung für euch was ich mir daraus gedacht habe dann verabschiede ich mich bis dahin sag erstmal schön mach schön gut dein aquapinter ak uli schön dass du dabei warst tschüss